mit daloo nice hoffe ich reite ihn nicht wieder in die kacke dann gehen wir doch erstmal in navigation ganz ganz unten in shields ich kann wird und crunchy prüven weil ich tatsächlich gedacht habe einer tötet den anderen in autoren zurückgelaufen bin aber sie sind beide mit rausgelaufen mit mir runtergelaufen tada also tinker kann safe kein self report sein weil ich habe mit abstand zu ihr bin ich mitgelaufen hat sie angegefunden bei shields rechts fangt von wo kamst du denn gerade in elektrisch rein von unten hat das kann ich welche und lennart gesehen aber matteo wo kamst du her ich verstehe die frage gar nicht genau weil ich kam von dem benzin kanister und ja aber wo warst du denn davor fang war also kam es von oben und oben aus dem admin und da bin ich vorbeigelaufen ich glaube da lo und tinker waren da ich weiß es nicht ja an die matteo und ich war am anfang admin und ich bin direkt electrical danach gerannt weil da waren so viele leute mich gesehen und deswegen war das gucci und matteo ist dann was das war ja es gemacht ich weiß nicht auf jeden fall war dann weg da war ich weg halo warum versuchst du den fall nicht aufzuklären also wird bist du es ich habe ich habe doch gefragt wenn matteo kam ja aber normalerweise wird es ja schon aufklären in der nähe von reaktor aber nein 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 ich will nur ich war also ausschließen würde ich für diesen kill dalu trill fang und das war es ja gut aber kann also es ist also es war das schlo knechte sind gerade offen oder wieso ich war mir nicht glücklich aber kann die jemals bestätigen also so meine ich das halt schwer zu sagen knechte auf jeden fall am leben lassen weil knechte ist verdächtig knechte ist gesehen das licht war noch nicht wieder ganz an ich habe crunchy gefunden wahrscheinlich vor der box annie ist auch tot oder war das schon vorher so an die war unter 1 glaube ich und tinker tinker war ohne an die probleme nur an den kann crunchy waren erste runde bei mir und haben wir haben uns gegenseitig gedeckt weil wir uns gesehen haben ja das sagt aber jetzt gar nichts mehr aus im electrical vor dem oder box oder elektro box dann kann ich matteo ausschließen weil ich war gerade in den camps und er kam von cafeteria an mit bei vorbeigelaufen jetzt übrigens noch mal einer fragen warum ich da nicht reingehe jetzt habe ich aber eine frage du bist am anfang der runde nach unten gelaufen und hast dann umgedreht warum du bist am anfang die runde ging los also am emergency table wir beide sind nach unten gelaufen auf hälfte des weges bist du umgedreht warum ja ich bin dann wieder hoch und dann bin ich über medbay aber warum hast du die richtung gewechselt war dann bei der ziel linie nicht korrekt oder nach oben zu medbay und dann bin ich sogar in medbay einmal kurz rein gedippt um zu gucken ob da was ist habe niemanden gesehen bin wieder raus und ich habe gerade drei aufgaben hintereinander da gemacht ja aber da kann ich doch trotzdem eine machen wenn ich dahin gehe ich bin da eben gerade hin gerannt okay als soviel oder was ich nicht aber ich war sieben bote ich auch nicht ich habe auch nicht geboten was machst du heute du sag mal trill warum habe ich nicht ich verstehe ich was du willst da du ein astrainer double kill richtig schöner astrainer elektrik wird es tot und anscheinend trillux der gerade noch in der cafeteria glaube ich war ich kann zumindest runtergelaufen zum licht ich verstehe wirklich gar nichts also warte mal fangt du hast jetzt gerade eine leiche gefunden in electrical ja wer sind gerade oben bei medbay lang gelaufen habe ich auf die camps gesehen was ist das natürlich muss gucken medbay ist oben links bist du glaube ich schlo oder ich schlaufe oben links gerade ja und wer ist gerade noch gestorben trill und der ist mir gerade noch entgegen gekommen ja also außer die leiche wird ich habe nicht ich habe nicht trill gefunden ich habe wird gefunden genau 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 du hast aber als du trill gesehen hast du danach niemanden mehr gesehen der zum zum beispiel in die richtung gelaufen ist oder sowas nicht die lasse mir kurz wo du bist ich benutze und rechts da wieso ermittelst du nicht auch ermittel ich jetzt und genau jetzt versuche ich zusammenzusetzen ich glaube nämlich dass matteo schlorox und ich war nämlich am anfang am reaktor gewesen als runde losging dort habe ich gedouble checkt ob am reaktor die erste leiche liegt matteo ist nach oben hinweg gegangen und dann ging licht aus dann bin ich nach unten gegangen und bin immer links rechts im zickzack gelaufen um zu gucken ob ich wen spotten kann matteo kam aber nicht wenn einer straight laufen würde würde er einen überholen das heißt matteo ist nicht zum licht gelaufen und ich gehe davon aus dass matteo gegebenenfalls aus cams in electric gewendet ist den kill gemacht und dann zurück an cams gegangen ist lasst du mal schnell dalo warten weil der hat den kill on cam begangen matteo ist es in der familie war auch davor schon für mich okay macht's gut viel spaß noch tschüss 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 ich wollte wissen was matteo sagt ich habe den kill absichtlich vor seinen augen begangen und er hat nicht warum sagst du nichts das wundert mich auch ich wollte warten weil ich wissen wollte was du machst weil ich habe gedacht warum macht dalo ein kill vor der cam und du hast dann noch gedanzt auf der leiche ja genau 3 sekunden vor schluss mann also also Matteo ehrlich also Matteo Matteo macht gern der runde die kann man so sass als crewmate sein das macht gar keinen sinn Matteo du wusstest doch schon wieder wer es ist oder Matteo ne also dalo 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 ich wusste es wirklich nicht bei dir weil sonst wäre ich auch nicht so viel mit dir alleine rumgelaufen als ich ausging bist du weggerannt und dann gehst du zurück äh ja ich hab immer angst da also ne aber ich hab ich wollte es erst am ende droppen weil ich wissen wollte was dalo macht weil ich hab nicht verstanden aber hättest du einfach von vornherein gesagt übrigens der kill war on cam aber ne wenn alle schon nicht gevotet haben ja übrigens dalo hat on cam getötet ach schade ist zu spät ach blöd also Matteo ich ging aus du wusstest schon wieder dass ich es bin deswegen bist du als lights ausging nicht nach unten gegangen weil ich dachte du weißt dass wir dich da killen wollen aber bist nach oben gegangen und dann gehst du zurück zu den cams das fand ich halt wieder und deswegen hab ich den kill absichtlich gemacht weil ich wollte wissen was du sagst ich hab ja auch der einzige kill der woanders stattgefunden hat wie unten in electrical oder